Fotografie einfach ein tolles Hobby. Für mich in den letzten zehn Jahren zum Haupthoppy geworden. Ein ganz liebes Hallo an euch da draußen. Meine Version, die Faszination der Natur, die Landschaften, den Verlauf der Jahreszeiten, nach seiner eigenen Version in Form von Bildern, mit oder auch ohne Photoshop-Bearbeitung einfach darzustellen. Halt erklärt diese Wissenschaftler, die Faszinierungen im traffischen Aus Kash� an, die Faszinierungen zum Haupthoppy, die Faszinierungen im